Qualität ist für uns im Kettenwerk ein ganz zentraler Aspekt von der Fertigung. Unsere Ketten müssen höchsten Qualitätsansprüchen genügen, damit es nachher auch im Einsatz die besten Sägeketten sind. Mein Name ist Jochen Ihle, ich bin hier im Kettenwerk zuständig für die Zentralplanung. Mein Team beschafft und entwickelt die Maschinen und Prozesse, die wir hier für die Kettenfertigung benötigen. Für die Herstellung von so einer Sägekette sind ganz viele Fertigungsschritte notwendig, die nacheinander abgearbeitet werden müssen. Das Material unserer Sägeketten ist ein Spezialstahl, der nur für Stiel produziert und hergestellt wird. Der Spezialstahl wird in lange Streifen gewalzt und dann auf sogenannte Coils aufgewickelt und wir stanzen dann unsere Komponenten für die Sägeketten. Das Gleitschleifen hat die Aufgabe, den feinen Stanzgrad, der beim Stanzprozess entsteht, in dem Gleitschleifprozess zu entfernen, zu verrunden, so dass unsere Bauteile glatt und lauffähig sind, sowohl in den weiteren Fertigungsschritten als auch nachher als Sägekette reibungsfrei durchs Holz zu gleiten. In unserem Fertigungsprozess werden alle Kettenkomponenten gehärtet, also sowohl die Verbindungslieder, Treibgliederschneidezähne, als auch die Hütbrüse. Der Härteprozess findet bei fast 1000 Grad statt. Die Bauteile werden erhitzt und anschließend in dem Salzbad abgeschreckt. Durch dieses spezielle Härteverfahren erhalten wir ein Bauteil, das sowohl hart als auch zäh ist und den speziellen Anforderungen, die auf so eine Kette im Sägebetrieb einwirken, gewachsen ist. Die Qualität im Produktionsprozess wird nach jedem einzelnen Fertigungsschritt geprüft, nicht erst am Ende, wenn die Kette fertig ist. Zum Beispiel prüfen wir beim Stanzen alle Maße, die im Stanzen gestanzt werden. Beim Härten wird die Härte, wird das Gefüge geprüft. Das Besondere an der Stielsägekette und an der Schneidgarnitur an sich ist, dass Stiel der einzige Hersteller ist, der sowohl die Motoreinheit, wie auch die Führungsschiene und die Sägekette entwickelt, herstellt und produziert. Dadurch können alle drei Komponenten natürlich ideal aufeinander abgestimmt werden und so für eine optimale Schneide-Performance für den Waldarbeiter dienen. Hier am Standort Wiel produzieren wir alle Sägeketten von Stiel und auch nur hier werden die Sägeketten von Stiel produziert. Insgesamt sind es etwa 70 verschiedene Grundtypen an Sägeketten, die wir herstellen. Das reicht von den Standard-Halbmeißel- und Vollmeißelketten, die eher vom semiprofessionellen und professionellen Anwender verwendet werden, bis hin zu Spezialketten, wie sie für die Ernte von Bambus eingesetzt werden oder für Längsschnitte verwendet werden, um Bretter direkt im Wald aus dem Holzstamm zu sägen. Es geht auch weiter bis zu Hartmetall besetzten Ketten, die dann für extreme Einsätze wie Rettungseinsätze von der Feuerwehr verwendet werden. Also eine komplette Bandbreite. Alles, was in Ketten existiert, kommt hier aus dem Berg.